Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Dauntless Part. Jo, großer Dank geht raus an Bazzi, Shadow und Sena. Hier seht ihr gerade ein Bild, Eisgeburt mit drin in den Mistralströmen, donnernde Blitze und so weiter, Hellplattenhelm, wilde Raserei, Schattenmark, Disziplin, Knärschergreifer, Zelle der Überwältigung, vulkanische Stiefel, Zelle der Überwältigung und Pangas Glanz. Im Normalfall, ich habe dann noch auf Shrike gewechselt, ich glaube, das mache ich sogar jetzt noch im Moment, genau. Einer in der Gruppe wechselt auf Shrike und das ist dann eigentlich das Bild für Safe Runs für Koschei diese Woche. Normal sowie Furchtlos, beides seht ihr jetzt hier. Wie gesagt, vielen Dank geht an die Gruppe raus, ihr seht es ja im Moment. Es ist relativ viel los bei mir auf dem Kanal, was Bless Unleash angeht, was Dauntless auch noch angeht. Nur Dauntless ist jetzt ein Stück zurückgefahren, das ist nichts Böses, nichts Wildes oder ich bleibe euch auch treu und da kommt auch immer noch was. Mein Zukunftsplan sieht halt eben so aus, dass von beiden Spielen, dass beide Spiele bei mir halbwegs main werden und einfach das Spiel überwiegt, wo dann gerade, sage ich mal, die Neuigkeiten drin liegen. Im Moment ist bei Dauntless jetzt die nächsten zwei Wochen, sage ich, zwei Wochen, wenn nichts Sonderbares passiert, relativ tote Hose. Da ist halt alles so, wie es ist. Was nicht schlecht ist, das Spiel kann man zocken, gar keine Frage. Ich zocke es auch immer noch zwischendurch. Bless Unleash ist jetzt halt neu und so lange ist das ein bisschen im Vordergrund. Und wenn dann in drei Wochen hier bei Dauntless die neue Eskalation kommt und ein neues BMOV kommt, neue Waffen kommen und auch die Roadmap kommt und was weiß ich, alles so zwischendurch, Bilds kommen immer noch. Und dann wird auch nochmal hier so sein, dass vielleicht zwei Folgen am Tag oder jeden Tag eine Folge hier Dauntless dann kommt. Also nicht da irgendwie meinen, ich ziehe mich jetzt hier zurück und mache da nur noch Bless oder sowas. Das ist auf keinen Fall der Fall. Hier seht ihr dann halt den Run hier auf Normal, der grottenschlecht war. Ich bin völlig außer Übung gewesen, habe jetzt ein paar Tage halt einfach nur immer mal so kurz reingezockt, irgendwelche kleinen Patrouillen gemacht und so ein Quatsch oder halt einfach nur meinen täglichen Bonus abkassiert und bin wieder raus und habe dann ein bisschen Bless gezockt. Bin dann hier mit der Gruppe rein, habe gesagt, sorry Leute, habe die dann mal schön Geninja invited, habe gesagt, ja sorry für den Schrott, den ich da gerade mache, habt ihr gerade Bock mit mir ein Video aufzunehmen und ich wusste ganz ehrlich nicht, dass es so einfach wird. Also mit dem Bild hier ist es absolut safe. Also ich denke, das hat sich auch mittlerweile schon rumgesprochen, da erzähle ich euch nichts großartiges Neues. Ja, selbst auch auf Furchtlos werdet ihr es jetzt sehen, da ist Zehner glaube ich noch länger umgekippt. Hier auf Normal, ich habe hier nur Blödsinn gemacht, aber normal ist ja jede Woche, sage ich mal, völlig uninteressant, wenn man gutes Equip hat und schon etwas weiter im Spiel ist, dann ist ja normal kein Problem mehr. Es soll nicht arrogant klingen oder irgendwas, bevor ich da Vorwürfe bekomme, aber ich denke, das ist jedem klar, der im Endgame ist, ist dann halt nur noch Abfarmerei. Mit dem Bild hier solltet ihr es auch schaffen, wenn ihr mit 500er Ausrüstung oder sogar vielleicht etwas geringer da reingeht, kann man das auch schaffen. Ja, und ja, hier sind wir dann mit dem gleichen Bild dann einfach wieder gestartet, warten bis 1%. Das hat Vorteil, dass man ihn am Anfang halt umknocken kann, also bupen kann. Haben wir, glaube ich, noch nichtmals hinbekommen. Wie gesagt, Zehner fällt dann auch noch um. Ich zeige auch ein richtig schlechtes Gameplay, wie ihr es von mir gewohnt seid. Es ging eigentlich noch von der Bewertung her, komischerweise ging es, aber ich glaube einfach nur deswegen, weil ich nicht umgefallen bin. Ja, und aber mit dem Bild hier wirklich einfach nachzuspielen. Wer da Probleme hat, baut euch die Dinger da hoch. Ihr könntet, naja, ihr könnt es nicht mit Draskwaffe spielen, nicht ganz. Da müsst ihr leicht umbauen, aber es sollte ungefähr auch noch so möglich sein. Ja, und dann ist das wirklich easy machbar, wie ihr jetzt hier seht. Wir machen noch viel Quatsch. Jetzt hier Zehner liegt. Hier kommt der Bub. Das ist natürlich schon nicht schlecht, wenn man den kann, wenn man den ein-, zweimal in den Kampf irgendwie unterbringt. Ja, und dann fahren wir halt ein bisschen Schaden hier drauf. Hier war mein Mantra auch wieder nicht richtig, wie man es gewohnt ist, aber bitte denkt dran, ich war die Bless-Steuerung noch gewohnt. Das muss ich auch sagen. Ich habe zwar das jetzt geschnitten, das sieht geschnitten aus, aber das waren wirklich Aufnahmezeit zwölf Minuten. Ich bin reingekommen. Ja, Jungs, kommt mit. Was für ein Bild spielen wir? Das Bild. Ja, gut, alles klar. Also Jungs und Mädels, bist du gegrüßt, Zehner? Ja, was für ein Bild spielen wir? Das und das Bild. Ja, gut, alles klar. Ich brauche noch kurz normal, um mich mal einzugewöhnen. Ja, Monty, machen wir. Normal gespielt eine Minute. Oh Gott, Leute, ich bin gar nicht eingewöhnt. Ich habe das nur zusammengeschnitten, dass ihr nicht die, wie soll ich sagen, die Ladezeiten drin habt und so ein Quatsch. Ja, und ging eigentlich wirklich flott. Aber ich denke, wie ich schon sagte, das hat sich wahrscheinlich mittlerweile auch so rumgesprochen. Da erzähle ich euch nichts Neues. Ich glaube, den haben sie vereinfacht, oder? Der war doch früher stärker. Also früher war es wirklich so, da durfte sie sich hier gar nicht hitten lassen. Da hat er sich so krass gegengehalten. Macht er zwar jetzt immer noch, da hat er einen krassen Schaden gemacht und so. Das war richtig übel. Vielleicht war ich aber genau, also das genaue Problem, wie ihr es vielleicht jetzt auch manchmal habt, von der Einschätzung hier in meinen Videos. Vielleicht war ich da auch einfach nur von der Ausrüstung noch nicht so stark. Dann wonnen hittet er vielleicht und so ein Kram. Und dann ist das natürlich nochmal richtig nervig. Und hier ist es halt dann schon sehr easy. Was man noch merken kann, wenn er da seinen Baum kraxelt, da auf seine Pflanze, ich glaube, das macht er jetzt gleich noch oder hat es schon gemacht, dann kann man halt die Spezialfähigkeit der Mistralströme nutzen, um ihn runterzuholen. Das haben wir dann auch angesagt. Jetzt, genau, habe ich gesagt, Spezialangriff, Spezialangriff, jetzt macht es, glaube ich, einer. Ja, da holst du ihn halt runter. Und dann ist auch Schluss mit dem guten Mann, mit dem guten Koschei. Ja, da haben wir uns hier geholt. Wie gesagt, vielen, vielen Dank. Geht an die Gruppe raus, die da spontan bereit war, mir kurz zu helfen, kurz das zu machen. Subfree sollte mit einer soliden Gruppe hier durchaus möglich sein. Ja, und da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß, euch die 300 Goldmarken hier abzustauben. Hier haben wir es dann geschafft, 2 Minuten 27. War etliches an Verbesserungspotenzial noch drin. Klar, logisch. Ihr könnt es verbessern, könnt geilere Zeiten machen. Habt Spaß damit, habt Spaß mit den Goldmarken und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Also,